Hey ho, let's go! Herzlich willkommen! Wir haben heute mal ein anderes Texturpack und zwar das von Honeyball Das Texturpack heißt Ich glaube Honeyball Basic Ja, so heißt es Und ja, die Texturen sehen wirklich herrlich aus Oh, sind sie nicht süß? Wir haben einen wunderbaren, klaren Himmel Es sieht wirklich genial aus Sehr schön Was findet ihr besser? Findet ihr das von Honeyball oder das von Misa besser? Also das Misa HD Texture Pack oder das Honeyball Basic? Schreibt es bitte in die Kommentare Es würde mich sehr interessieren Ich werde jetzt erst einmal das von Honeyball benutzen Und vielleicht können wir das immer mal wechseln Oder wir behalten es endgültig Ich weiß es noch nicht Aber wir erfreuen uns erst einmal so an diesem wunderbaren Texturpack Ja Gehen wir einfach erst einmal ins Bettchen Oh mein Gott Wer hat unser Bett geklaut? Komisch Mysteriös 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 Also ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden Weil manche Gegenstände sind ja wirklich komplett anders aus Zum Beispiel hier der Ofen Den erkennt man eigentlich von außen fast gar nicht mehr wieder So Haben wir denn Wolle Eine Schere haben wir dabei Das ist wunderbar Gut Da oben ist jetzt ein Creeper Aber Naja Da kann man nicht viel machen Einfach mal drauf los Also hier die Sonnenblumen Sehen auch wirklich Sehr schön aus So wir Holen uns erst einmal ein bisschen Wolle So Dankeschön Danke danke Dankeschön Und tschüss So Wie viel Wolle haben wir jetzt? Elf Stück Ja Das reicht locker Und guck mal wer da ist Ein kleiner Assi Oh Hast du kein eigenes Zuhause? Oh Das tut mir aber leid Willst du bei uns einziehen? Ja Ich lass dir mal die Türen offen Da kannst du dann rein Ja Wir sind immer für dich da So Jetzt Bräuchten wir erst einmal Ein paar Stöcki Stöcklis Aber haben wir sogar noch Jetzt müssen wir nur noch Das hier so machen Dann brauchen wir noch Wolle Wolle? Wolle? Ist das auch die richtige Wolle? Ich bin aber auch ein bisschen blöd Mensch Das macht man doch nicht mit Stöcken Dann nimmt man doch Bretter Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin Ist schon ein bisschen mysteriös Denn Wir haben das ja schon ein paar tausend Mal gemacht Aber was soll's So Erstmal ins Haierbettchen Und ein schöner Neuer Tag beginnt Die Sonne steigt auf Herrlich Ja Leute Wollen wir mal schauen Was wir heute noch so schönes An den Tag bringen Wir bräuchten mal eine Schaufel Denn Ich hab auch schon eine Idee Was wir heute machen werden Wir werden nämlich Einen weiteren Weg bauen So Da brauchen wir nochmal Stöcke Eine Eisenschaufel Müsste Ach wir machen zwei Und das muss dann reichen So Und Auf auf In den Kampf Aber es sieht wirklich Einfach nur genial aus Finde ich So Ja Was machen wir jetzt so richtig Der Weg ist ein bisschen Krumm und schief irgendwie Du musst doch ein Stück herüber Ungefähr hier Hin Oder 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 was machen wir da Wollen wir mal zählen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Und geht da auch elf rüber Ich weiß es nicht mehr genau Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Perfekt Und dann müsste das ja hier abschließen Eigentlich Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Ich will nur noch mal zur Sicherheit nachzählen Nicht dass ich hier Wieder alles komplett falsch mache Wäre ja nicht das erste mal Ähm Aber da müssen wir den Weg hier irgendwie nach drüben verlegen Weil wenn wir den gleich Von Hier aus nach links machen Ist es ein bisschen blöd Weil das genau an der Hauskante lang geht Aber so könnte man es machen Das wäre noch eine Möglichkeit Die auch Ungefähr Ein bisschen Gut aussieht Tralalala So den müssen wir noch wegkloppen Äh Haben wir Kies Ja wir haben sogar eine Menge Kies So dann legt man den gleich hier hin Tudududududu Zack weg damit Und hier nochmal Sieht ja wirklich schön aus Ok Und jetzt müssen wir dann hier so rüber Oder wir machen Das ganze Feld noch ein Stück breiter Wäre natürlich auch eine Möglichkeit Dass wir es um zwei vergrößern Das Sieht dann natürlich auch Besser aus Als wenn wir jetzt hier so einen Krummen Weg hätten Ich glaube so machen wir es auch Ja Die Farm kann man ja später noch vergrößern Ist ja alles kein Problem No problem So Ich glaube wir müssen erstmal die Erde wegschaffen Wir haben schon wieder viel zu viel davon So weg damit Und weg damit Pflastersteine brauchen wir erstmal auch nicht Immer weg damit So erstmal alles einsammeln Tralalala Tralalala So Wunderbar Jetzt hier nochmal Und dann ist der Weg sogar Fast Zumindest zur Hälfte fertig Denn so viel kommt da ja nicht mehr Vielleicht noch auf der anderen Seite was Und dann hier noch vielleicht ein kleiner Weg Und dann Sind wir eigentlich mit dem Weg schon So gut wie fertig Das ist sehr gut Sehr schön Wunderbar So Ach ja Das Getreide wächst Und wächst Sehr schön Dann können wir sogar schon bald wieder ernten So die Fackeln machen wir Best mal da hoch stellen Damit die uns nicht im Weg sind Ähm Ja da können wir eigentlich gleich Den Zaun hier noch Bis an den Weg machen So hier So hier Damit hier auch keine Zombies oder Solches Assipack Reinkommt Machen wir es besser zu So Könnte eigentlich dann Spinnen rein Ich glaube nicht Ich glaube nicht Die sind ja mit die Größten Probleme hier im Lande Wir haben nämlich eine Spinnenüberbevölkerung Und wer will das schon Dann muss man natürlich seine Tiere Und seine Pflanzen schützen So wie viel haben wir jetzt hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Ja Wird schon hinhauen So Hier können wir dann schon die ersten Tiere reinloggen Also es wird Sehr Sehr Tierfreundlich Hier haben die Tiere eine Menge Platz Und wir können die Ähm Alle dort schön reinloggen Es gibt keinen Platzmangel Oder sonstiges Hier müsste selbst Die dickste Kuh hineinpassen Und wenn nicht Muss er halt mal ein bisschen Diät machen So Haben wir Ähm Weizen mit Ja Da kann man gleich Die ersten Tiere reinloggen Aber ich weiß noch gar nicht Welche Tiere wir reinloggen wollen Wollen wir die lieben Schweinchen Schweinchen Babe Und sonstiges reinloggen Die lieben Hühner Oder die Schäfchen Äh Ich entscheide mich jetzt einfach mal Für die lieben Schäfchen Na komm Na komm Komm Kommt du rein Ich mach einfach hier den Zaun kaputt Ich komm die von ganz alleine So und jetzt komm 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 Ja Die folgen mir alle sehr schön Und ja Die bringen wir noch schnell ins Gehäge Die machen schon wieder was sie wollen Die sind ziemlich aufgeregt So und noch Noch ein Stück Noch ein Stück Noch ein Stück Nummer eins ist drinne Nummer zwei Passt auch durch Wunderbar Und Nummer drei Komm Nummer drei komm rein Nummer drei Na Leute Passt ihr da nicht rein oder was Na los Komm Komm rein Ja Na Mensch Seid ihr nur so fett Muss ich ja extra mal Das ganze ein bisschen Ähm Breiter machen Für die fetten Viecher Meine Güte Die sind aber auch dick Hätte ich nicht erwartet Dass die So dick sind Und jetzt schon wieder abhauen wollen Hallo 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 Kommt mal schön rein Ja Komm rein Ja Nicht abgehauen hier Kommt mal schön rein